Für den Kunden ist es an erster Stelle natürlich Tiefenentspannung. Der Kunde soll bei uns abschalten, sich erholen, vor allen Dingen vom Alltag. Das beinhaltet natürlich eine Reinigung, ein Peeling, eine schöne Massage, Ausreinigung und eine schöne Maske und eine tolle Abschlusspflege. Die Maske selbst bleibt bei der Behandlung ca. 15-20 Minuten auf der Haut drauf. Die Inhaltsstoffe sind natürlich meist heutzutage biologisch, sehr hochwertig, z.B. aus Algen-Extrakten. Die Durchblutung und die Lymphe wird angeregt. Der Gast empfindet natürlich auch Tiefenentspannung durch die Bewegungen und Streichungen, die ich einem Gast ausübe.